Berühren der Scheibe auf eigene Gefahr Hier bestaunt der gute Mann einen Hai im International Spy Museum in Washington DC. Als der riesige Jäger ruhig an ihm vorbeischwimmt und sich in seiner ganzen Pracht zeigt, hat er den Mann voll in seinem Bann. Doch dass das Berühren der Scheibe auf eigene Gefahr ist, steht dort nicht ohne Grund. Kurze Zeit später passiert das Unfassbare. Reingefallen Das vermeintliche Wasserbecken empuppt sich als eine Attrappe. In Wirklichkeit war es nur eine LED-Wand. Warum sollte auch ein Aquarium in einem Spy Museum stehen? Doch der Schockmoment des Mannes ist wirklich Gold wert.